Ja, weil es heute das Wichtigste ist, ein Vortrag über gemeinwohlorientierte Gesellschafts- und Wirtschaftsordnungen. Ja, das gibt es in zwei großen Varianten, gibt es sicherlich noch mehr, aber einmal haben wir die Christian Felber mit seiner ausdrücklich sogenannten Gemeinwohl-Ökonomie, wohl ein sehr glücklich gewählter Begriff, und das gemeinwohlorientierte Wirtschaften, der nextscientistsforfuture.de vom Weltrat der Weisen. Wo ist er? Hier sind immer einige der Professorinnen, der WissenschaftlerInnen des Weltrates der Weisen. Sechs von vier, circa 24 sind hier zu sehen. Ja, ich fange an ganz bewusst mit einer der praktischen Anwendungen. Von circa 20 Reformen konzentrieren wir uns nur, erst mal nur, wegen der Kürze der Zeit, auf die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme plus die Gesundheitskosten, die immer doch mitgedacht werden müssen. Generell die 20 Reformen des Weltrates haben in einer simulierten Bundestagswahl 56 Prozent der Wählerstimmen erbracht. Und das heißt, wir haben es hier mit einem mehrheitsfähigen Konzept zu tun, wenn es denn nun mal endlich überall diskutiert würde und in allen großen Medien hin und her diskutiert würde. Ja, stellen Sie sich vor, heute wird die Wohlfühlstimme als Wahlstimme eingeführt und Sie sind automatisch beim Bundeswahlleiter mit der Anfangsnote für alle Bürger von drei bis vier, also befriedigend bis ausreichend, ist für alle Bürger die Ausgangsbasis. Jetzt stellen Sie sich vor, nächste Woche verlieben Sie sich, da melden Sie dem Bundeswahlleiter, egal wie das auch immer technisch realisiert wird oder ob es nur bei den Wahlen geschieht, was ich für zu große Abstande halten würde. Nein, Sie haben sich frisch verliebt, das geht Ihnen prima und Sie melden dem Bundeswahlleiter eine drei Minus, also man sollte immer nur eine Stufe variieren. Oder Sie haben Krebs und geben vielleicht sogar dann eine 4 plus ab, also eine schlechtere Note oder gleich sogar eine 4, also mehr als zwei Stufen, sollte man nicht auf einmal bewegen sozusagen, weil wir haben ja nur Spiel bis 1 plus und 6 minus. Und wenn Sie dann vor dem 127. Lebensjahr sterben, läuft bei dem Bundeswahlleiter automatisch dauerhaft die 7 für Sie weiter als extrem schlechte Wohlfühlstimme. Und wie gesagt, die Gesundheitskosten müssen wir immer noch mit dabei denken, die sollten noch mit eingerechnet werden oder zusammen mit der Wohlfühlstimme beurteilt werden. Oder als Beurteilungsgrundlage genommen werden. Gesundheitskosten und Wohlfühlstimmen, das sind harte Daten. Und jetzt ganz kurz zur Geschichte des Ganzen. Vor 1968 waren so Dinge wie, dass man kritisch nachgedacht hat, Aha, Kapitalismus, geht einher mit Krieg, geht einher mit Hitler, Sigmund Freud und Wilhelm Reich ahnden und das Ganze geht einher mit einer Unterdrückung der Sexualität. Das ist so die Vorgeschichte. Ab 1968 fingen die Wissenschaftler, verschiedene WissenschaftlerInnen des Weltrates der Weisen, ihre anzudenken, nachzudenken über eine bessere Welt. 1972 wurde dann Christian Felber geboren. Bis 1990, 1979 wurde zum ersten Mal der Begriff Brutonationalglück in Bhutan verwendet. Da war Christian Felber circa sechs Jahre alt. Dann 1990 waren so die Begrifflichkeiten, circa 1990, des Weltrates der Weisen fertig. Da war Felber um die 17 Jahre alt. Der Weltrat der Weisen hatte aus Ludwig Erhard, also Ludwig Erhard, Bundeskanzler und Wirtschaftswissenschaftler, aus seiner Formulierung Wohlstand für alle, was leider eben überwiegend materiell war, war bei den WissenschaftlerInnen, dass die später sich zum Weltrat zusammenfinden würden, wurde die Formulierung Wohlstand und Gesundheit und Wohlfühlen für alle. Und Christian Felber machte dann später aus dem Für alle, wobei er sich ja überhaupt nicht, das ist ein paralleles Phänomen, niemand wusste voneinander. Also weder die WissenschaftlerInnen, die heute im Weltrat vereinigt sind, noch Christian Felber, man wusste ja voneinander nichts. Aber aus dem Für alle, Wohlstand, Wohlfühlen für alle, wurde das Wortbestandteil gemein bei Christian Felber. Und das Wohl von Wohlstand und Wohlfühlen ging dann in die Gemeinwohlökonomie bei Christian Felber wortmäßig über, während die beim Weltrat ging es in den Begriff über Wohlfühlnote. Es war also erst die Wohlfühlnote und Stichwort auch so Anreize zu schaffen, dass die Wirtschaft dem Wohlfühlen der Menschen dient, denn der Kapitalismus ist sozusagen ja ein System, das aus Raubbau am Mensch und Umwelt besteht. Und die Wohlfühlenote beziehungsweise die entsprechenden Anreize in den 20 Reformen sollen sozusagen die neue Welt bedeuten, nämlich in der sozusagen das Dienen am Wohlfühlen und der Gesundheit von Mensch und Umwelt belohnt wird, erstmals sozusagen im großen Stile. Ja, und dann 1999, da müsste Felber dann ca. 26 gewesen sein, da war etwas ganz Wichtiges, Und in der Zeitschrift Current Anthropology gelang es dem weltberühmten Professor Richard Rangham mit seinem Team, ein kapitalistisches Gesamtmenschen- und Weltbild zu veröffentlichen, das von den anderen Professoren zwar als falsch kritisiert wurde, aber das natürlich, weil es kapitalismuskonform war, sozusagen veröffentlicht wurde, während also das kritische Menschen- und Weltbild der Next Scientists for Future natürlich weder in Current Anthropology noch in Science und Nature akzeptiert wurde, weil man dort nur kapitalistische Menschen und Weltbilder für richtig findet. Für den normalen Professor ist es ein Gräuel erfahren zu müssen, dass unsere ganze Zivilisation eventuell eine Fehlentwicklungszivilisation sein könnte und darüber, das lassen sie nicht zur Veröffentlichung zu. Schluck Wasser. Ja, und das Ergebnis, das anthropologische Ergebnis, fasse ich ganz kurz zusammen. Man analysierte also seit 1968, sammelte man alle Einzeldaten über, vom Urknall angefangen, vor 13,8 mal 1000 mal eine Million Jahre, also vor 13,8 tausend Millionen Jahren, bis da war nichts Aufsehenerregendes, vor 65 Millionen war etwas Aufsehenerregendes, zeitgleich mit einem großen Meteoriteneinschlag starben die berühmten großen Dinosaurier aus und dann vor 13,8 Millionen Jahren, es kommt wieder was Sensationelles, da waren unsere Urgroßeltern, sahen eher aus wie Gorillas, große, kräftige Männer mit riesigen Eckzähnen zum potenziellen, eifersüchtigen Rivalenkampf gegen andere Männer sozusagen. Und dann, vor 4 Millionen Jahren, berichtet Professor Friedemann Schrenk, spätestens vor 4 Millionen Jahren waren diese Eckzähne verschwunden, Er deutet nur vorsichtig an, denn er darf ja keine Kapitalismuskritik äußern, da entwickelte sich wohl ein anderes Sozialsystem, also bis in der Zeit, es gab dann viele Einzelereignisse, aber bis vor 400.000 Jahren hatte sich wohl beim späten Homo erectus, hatten unsere Urgroßeltern, die mittlerweile dann schon total menschlich aussahen, mit sehr großen Gehirnen, hatte sich wohl ein Sozialsystem entwickelt, das noch viel friedlicher und so weiter war, als das der Bonobos, Panpaniskus Bonobo, über die ja Professor Franz de Waal, ich muss sagen, wahrscheinlich hoch entsetzt gesagt hat, das sind ja regelrechte Hippieaffen, die praktizieren ja Make Love Not War und das funktioniert irgendwie auch noch bei denen, ja. Also man kann sagen, vor 400.000 Jahren waren wir die felllose Savannenvariante, unsere Urgroßeltern, die felllose Savannenvariante sozusagen der Bonobos und lebten wahrscheinlich in hochpazifistischen Urmatriarchalen, also nicht-patriarchalen, also in Urmatriarchalen, Urkommunistischen, also wir lebten nicht in Affenhorden, auch die Bonobos leben ja nicht in Affenhorden, sondern in Kommunen, also wir lebten in weiterentwickelten hochpazifistischen, urmatriarchalen, urkommunistischen, ursozialistischen Kommunen und lebten in liebevollem und freundschaftlichem Kontakt mit unseren jeweiligen Nachbarkommunen, in die unsere Töchter gingen und wo unsere Enkelkinder aufwuchsen sozusagen, ja. Und dann wurde vor 400.000 Jahren, und da muss ich jetzt dann unser Bild wechseln, da kam der Einschlag, da kam unser Komet, nämlich die Erfindung des Tauschhandels und der Marktwirtschaft und des Kapitalismus, ja. und da passierte Folgendes, der Horror passierte. Dieser Früharzt und Frühhändler hier links unten sagte, ach ist das toll, dass ihr so liebevoll in den Kommunen lebt und dass ihr euch nur naturbelassen ernährt zum Beispiel, dann habt ihr starke Immunsysteme und nichts kann euch etwas anhaben, toll. Aber jetzt haben wir die Bedingungen des Marktes und der kann eigentlich nichts verdienen, denn was soll er verkaufen? Er gibt einmal den richtigen Rat, die Leute befolgen den Rat und brauchen ihn nie wieder. Der geht also hier spätestens nach drei Generationen, kann dieser hier seinen Laden schließen, weil nämlich irgendwann eine neue Konkurrenz auftaucht, nämlich dieser nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, Charles Darwin, kommt es zwangsläufig auch dazu, dass sich ein Früharzt und Frühhändler irrt und der sozusagen sagt, ach nein, also ist ja schrecklich ekelhaft, euer Geschmuse in den Kommunen und so weiter, das ist ja unkeusch, das ist ja unmoralisch, lasst das mal sein, außerdem könnt ihr euch da mit allem Möglichen infizieren und ihr könnt ruhig das moderne, denaturierte Ernährungszeug essen, was ich euch verkaufen will als Frühhändler, das ist genauso gesund wie diese naturbelassene Urnahrung sozusagen, könnt ihr genauso gut essen, ihr werdet gesund bleiben, könnt ihr nur, wenn ihr meine Tests, meine Impfungen, meine Bestrahlung, meine Operationen, meine Chemotherapien kauft und jetzt kommt es dann dazu, dass die Leute ihre Sexualität unterdrücken, Sigmund Freud hat das ja geahnt und Wilhelm Reich und dadurch erleiden sie einen riesigen Glücksmangel, werden konsumsüchtig und kaufsüchtig und der Händler verdient ganz viel und er kann ganz viel der krankmachenden Nahrungsmittel verkaufen, die Leute werden chronisch krank und brauchen ihn immer wieder, er kann hier zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und begründet eine riesige Großfamilie an Medizinprofessoren, während dieser hier ausstirbt, Das heißt, der Markt ist ein Multiplikator, der Kapitalismus beziehungsweise der Markt ist ein Multiplikator, der ungelenkte Markt ist ein Multiplikator gewinnbringender Irrtümer, das ist ein Schlüsselbegriff, gewinnbringende Irrtümer und in jedem Bereich der Gesellschaft haben sich gewinnbringende und karrierefördernde Irrtümer durchgesetzt, die alles zerstören, die Kriege provozieren, die Umwelt zerstören, das Klima zerstören, alles zerstören. So, das heißt, was war der Fehler? Was war der Fehler vor 400.000 Jahren? Dass wir nicht intelligent genug waren, zu erkennen, dass wir ein planwirtschaftliches Dach über dem Markt und über dem Ganzen hätten aufbauen müssen, so, und so, dass eben mit der Wohlfühlstimme als planwirtschaftliches Element sozusagen die Wirtschaft in den Dienst der Menschen und der Umwelt gelenkt werden muss, sozusagen. und das haben wir nicht kapiert, bis heute hat das die Menschheit nicht kapiert, sozusagen. Und es muss eben so sein, dass der Arzt über die Wohlfühlstimme nur dann Verdienstzuschläge bekommt, also nur dann wettbewerbsfähig ist, wenn meine Wohlfühlstimmen in seiner Gesundheitskommune, seinem Gesundheitsclub, seinem Healthy Lifestyle Club, sich immer positiver entwickeln und auch meine Gesundheitskostendaten sich positiv entwickeln. Damit haben wir zwei knallharte Daten, die beim Bundeswahlleiter und Statistischen Bundesamt Wiesbaden zusammenlaufen und in einer Fort Knox-artigen Hochsicherheitstrakt ausgewertet werden, sozusagen mit allen Sicherheitsmechanismen, Datenschutzmechanismen und so weiter. Und außerdem bestimmen wir selber, was wir dem Bundeswahlleiter auch an Daten übermitteln. Und dann kriegt mein Lebensmittelhändler, wenn ich das will, kriegt mein Lebensmittelhändler nur dann Verdienstzuschläge, wenn er meint, mit gesunder Nahrung, die er mir anbietet, wenn meine Wohlfühllnoten maximal gesteigert werden und meine Gesundheitskosten runtergehen, verglichen mit dem, was statistisch bei meiner Vorgeschichte zu erwarten gewesen wäre. Ja, und das bedeutet, dass die Lösung darin besteht, wenn man 56 Prozent der Wählerstimmen erreichen will, braucht man also solch eine konkrete Lösung mit harten Daten. Wohlfühlstimmen, die durch nichts verrückbar sind. Wir brauchen nicht, wie in Bhutan, den technischen Fehler, sozusagen viel zu viel Bürokratie und zu viel, zu viel Einzelfragen. Und Christian Felber hat ja leider den gleichen aus unserer Sicht Fehler gemacht. Viel zu viel Bürokratie, viel zu viel angreifbare und juristisch angreifbare subjektive Einschätzungsdaten in der Bildung. Denn diese neuen Wirtschaftsprüfer, sozusagen, da wird es dann Prozesse geben. Ja, auf meinem Produkt steht nur ein solcher, ein reduzierter Gemeinwohlpunktewert und auf der Konkurrent, der ist genauso umweltschädlich wie ich auch und der hat bessere Schätzwerte bekommen und so weiter. Und dann wird es Klagen geben, weil von jeder Not, Gemeinwohl, Bilanzwert, wird ja sozusagen, werden Millionen und Milliarden Gewinne abhängen, sozusagen. Und dann wird es unheimliche Streitigkeiten darüber geben, weswegen die Politik ein solches Konzept ohne harte Daten niemals wird einführen können. Professor Manfred Mertens hat es auch mal in einem Blog vom Weltrat der Weisen mal so schön gesagt, wir brauchen dann faire, harte Daten, um eben wirklich ganz klar und gezielt zu belohnen das richtige Verhalten. Und das müssen harte Daten sein, die unverrückbar sind und die Wohlfühlstimme und die Gesundheitskostendaten, das sind knallharte Zahlen, ja, und Daten, an denen niemand etwas rücken und drehen kann und wo es keine subjektiven Einschätzungen gibt, außer dass wir Menschen uns einfach mal ernsthaft fragen, wie geht es mir wirklich, ja, hallo, wie geht es dir, ja, mir geht es im Moment, was weiß ich, Vier Minus oder Zwei Plus oder Eins Plus oder Sechs Minus oder ach, der Bekannte, der ist gestorben, der hat jetzt die, dem geht es jetzt sieben, also die Wohlfühlstimme sieben, ne, also wir müssen halt, und das kriegen Menschen hin, das ist einfach, das ist überschaubar, das kriegen Menschen hin. Ja, das heißt also, ich fasse zusammen und lade auch zu Talkshows bei uns ein, die heißen bei uns Demokratie pur, wo also die neue Welt diskutiert wird, die in vielen Internet, also Internetfernsehsendungen, die in vielen Internetsendern veröffentlicht werden und die man auch dann selber veröffentlichen kann und man kriegt immer also auch, wenn man will, einen Mitschnitt, also das ist der Weg, wie wir 56% Wählerstimmen bekommen können für ein neues, gemeinwohlorientiertes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem und jetzt meine Bitte an alle zu überlegen, was meinen Sie, was würde nicht besser werden durch die Wohlfühlstimme, ich sage Ihnen, deute mal an, es wird fast alles besser, also in den 20 Reformen wird auch immer sowas wie die Wohlfühlstimme mitverwendet, soweit es geht, aber in den 20 Reformen, ich sage Ihnen nur mal eine Sache zum Beispiel, ab dem ersten Tag der Einführung der Wohlfühlstimme wird es keinen Lobbyismus mehr geben, es wird keine Beeinflussung der Politik durch die Wirtschaft mehr geben, weil die Wirtschaft nur noch verdienen kann, wenn sie uns dient und der Umwelt dient und niemanden sonst und jede negative Beeinflussung von Politikern wäre ja, dass man sich ins eigene Fleisch schneidet, denn sozusagen jede Gesetzesänderung gegen die Umwelt und die Menschen läuft am Ende auf schlechtere Wohlfühlstimmen hinaus und damit verliert man dann Geld. Also man würde eigentlich Lobbyisten nur noch bezahlen, um Geld zu verlieren, also hört sofort der Lobbyismus auf, die Beeinflussung der Politik endet von heute auf morgen und die Parteien werden alles dafür tun, ständig neue Verbesserungsideen aus der Gesellschaft in sich reinzuziehen und einzuladen bei sich und so weiter, weil eben auch deren Schicksal, ob sie wiedergewählt werden, wird davon abhängen, ob in dem Bundesland zum Beispiel, wenn Landtagswahlen sind, wenn da die Wohlfühlstimmen sich schlechter entwickelt haben in den letzten Jahren als zum Beispiel in einem anderen Bundesland oder im Durchschnitt der anderen Bundesländer, das wird immer transparent, die Daten werden immer vorliegen, dann wird doch kein Mensch mehr diese Partei wählen, die also in diesem Bundesland für einen Rückgang der Wohlfühlstimmen geführt hat oder für eine Verschlechterung bei den Wohlfühlstimmen geführt hat. Jetzt haben wir also ein sauberes, praktikables, datenmäßig sauberes und korrektes und unangreifbares Datenmodell und jetzt können wir die neue Welt beginnen und Sie sagen jetzt, wo Sie Zweifel haben und wo Sie denken, dass die Wohlfühlstimme und andere Maßnahmen nicht zur idealen Verbesserung beitragen können und ich sage dann zum Beispiel, wie die Wohlfühlstimme das doch macht oder dann sage ich, wo die 20 anderen insgesamten Reformen noch andere Mechanismen verwenden, die dann dazu führen, dass trotzdem die Gesellschaft maximal dem Menschen dient und der Umwelt dient. Ja, soviel. Das war jetzt die jetzige Sendung für jetzt. Tschüssi. Ich muss ja jetzt irgendwo hier hin und muss mich abmelden. Wo ist das denn? Tschüssi. Bis bald.